Irgendwann finde ich eigentlich ganz gut. Wie kommst du da drauf? Ja? Mir wurde gesagt, ich sehe jetzt irgendwie aus wie so ein typischer Almer. Ja, ich sehe aus wie ein Haar, aber wie sehr... Echt? Ja. Okay, also... Okay, aber... So. So. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020